Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu diesem kurzen Video über die Bildungsarbeit der DWA. Kommen Sie mit auf die Reise. Was macht die DWA in der Bildungsarbeit? Wie ist sie aufgestellt? Wie funktioniert das? Wie viele Leute kommen jedes Jahr? Ich werde immer wieder gefragt, was macht ihr da eigentlich? Hier mal die Möglichkeit sich das anzuschauen in Deutsch und wir haben es auch in Englisch. Bildungsarbeiter der DWA aus der Praxis für die Praxis. Herzlich willkommen auf diese kleine Videoreise. Was Sie hier hinter mir sehen, ist der deutsche Qualifikationsrahmen. Den gibt es bereits seit 2008 als europäischer Qualifikationsrahmen. 2013 wurde das dann an Deutschland angepasst und seitdem orientieren wir uns an diesen achtstufigen deutschen Qualifikationsrahmen. Ich gehe mit Ihnen heute einmal durch, was die DWA anbietet, wie die DWA Bildungsarbeit aufgebaut ist, welche Herausforderungen auf uns zukommen. Und natürlich auch ein paar Worte zur Corona-Krise. Auch das ist in der Bildungsarbeit natürlich in 2020 nicht wegzudenken. Fangen wir mal mit den Angeboten an, die wir dort haben. Sie sehen hier ein achtstufiges System. DQR, deutsche Qualifikationsrahmen von 1 bis 8. 4 ist der Facharbeiter, 6 ist der Meister oder Bachelor, 7 ist der Master oder Bachelor Professional in Zukunft. Das Berufsbildungsgesetz hat sich verändert. Seit 01.01. haben wir ein neues Berufsbildungsgesetz. Und das verändert auch etwas in der Zukunft. Gehen wir von den grünen Balken an, die Sie hier sehen. Das sind die Angebote unserer Landesverbände. Wir haben sieben Landesverbände, die regionalen Veranstaltungen durchführen. Und da sehen Sie als erstes natürlich ganz oben die Kläranlagen-Nachbarschaften bzw. die Nachbarschaftsarbeit als Ganzes. Wir haben Gewässernachbarschaften, Deponienachbarschaften, Sondernachbarschaften und, und, und. Ganz viele Nachbarschaften ist so der Backbone, der Rückhalter, die wir erarbeiten in der Breite in der Region. Die kommen in der Regel so um die 15.000, 17.000 Leute jedes Jahr zusammen. Ein ganz wichtiges Instrument der Fort- und Weiterbildung. Darunter sehen Sie Grund- und Aufbaukurse. Die Landesverbände machen sehr viele Grund- und Aufbaukurse. Klärwärtergrundkurs, Kanalwärtergrundkurs, Mikroskopier-Laborkurse. Eine ganze Fülle an sehr guten Kursen. Regional vor Ort. Der Einstieg für jeden, der neu auf die Anlage kommt und noch nicht in den Bereich ausgebildet worden ist. Daneben gibt es die Erfahrungsaustausche, kommunale Erfahrungsaustausche, Erfahrungsaustausche der Ingenieurbüros, der Laborleiter. Ganze Palette in diesem Bereich. Dann haben wir regionale Seminare und Tagungen. Da bieten die Landesverbände auch sehr viele Sachen an. Und natürlich die Landesverbandstagung, in der Regel alle zwei Jahre, vor Ort in den regentiven Regionen. Sie sehen darüber weiterhin der DWR-geprüfte Kläranlagenfachkraft. Das ist ein Angebot der einiger Landesverbände. Darunter sehen Sie auch die DWR-geprüfte Kanalfachkraft. Das wird dann schon blau. Das heißt, das ist schon die Arbeiten der Bundesgeschäftsstelle, die wir hier in Hennef durchführen. Des Weiteren, unsere größte Veranstaltung ist natürlich die DWR-Dialog, wo auch unsere Mitgliederversammlung ist, jedes Jahr im September, Ende September jedes Jahr. Danach haben wir die Fachkraft für Abwassertechnik, die Vorbereitungskurse. Da werden Facharbeiter ausgebildet. Wenn Sie als Fachfremder kommen, als Elektrikerschlosser, bereiten wir Sie auf die Prüfung vor und Sie können dann entsprechend bei uns die Facharbeiterprüfung bei den zustehenden Stellen ablegen. Wenn Sie dann noch weitermachen wollen, geht es zu den Abwassermeisterkursen. Die bieten wir an vier Standorten in Deutschland an. Und dort können Sie über uns die Meisterqualifikation erlangen. Wenn Sie dann Meister sind, gibt es Meisterweiterbildung bei uns. Auch in den Landesverbänden werden entsprechend Sachen angeboten. Und es gibt darüber hinaus in dem oberen Bereich auch die Erfahrungsaustausche der technischen und kaufmännischen Leiter und der Öffentlichkeitsarbeit. Bei den großen Betrieben, 15 Stück in Deutschland, gibt es einmal im Jahr einen Erfahrungsaustausch, kaufmännische Leiter und auch die Öffentlichkeitsarbeit treffen sich dort. In Planung sehen Sie dort noch den Aquatronica auf dem Level 5. Das ist noch in Planung. Dort wollen wir das Thema Digitalisierung, neue Medien, Sensorik, Big Data für Fachkräfte entsprechend weiter aufarbeiten. Darunter sehen Sie Fachkurse. Wir haben einen ganzen Haufen Fachkurse. Das ist Dichtheitskurse, Kanalinspektionskurse, Kanalreinigungskurse, Gewässerschutzbeauftragte, Elektrofahrkraft für festgelegte Tätigkeiten, Dye-Verteidiger, bei uns können Sie Dye-Verteidiger werden. Also eine ganze Reihe oder Gewässerunterhaltung, Kurse, eine ganze Reihe von Kursen, in denen Sie entsprechende Qualifikationen ablegen können. Das geht in der Regel so bis Level 5. Weiterhin haben wir die Fachkurse, Fachplaner. Da haben wir die Fachplaner für Starkregenvorsorge jetzt. Wir planen noch weitere Fachplaner. Da werden Sie in Zukunft noch weitere neue Qualifikationslevel bekommen von uns, die wir in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen werden. Darüber hinaus machen wir natürlich ganz viele Fachseminare, basierend auf unserem Regelwerk. Viele gute Seminare, die auch regional durchgeführt werden. Darunter Water Skills Germany, World Skills und University Challenge. Das ist ein neues Angebot, was wir vor etwa zehn Jahren begonnen haben. Da geht es um Wettbewerbe. Auf regionaler Ebene machen das zwei Landesverbände mittlerweile. Auf der IFAD, unserem Messe, unserer größten Umweltmesse der Welt, machen wir die Water Skills Germany, die World Water Skills und die University Challenge. Auch diese University Challenge bieten wir international bei den IFAD-Standorten an. Darunter sehen Sie noch individuelle, nationale und internationale Veranstaltungen. Wir werden häufig angefragt, das ist mit Inhausschulung, können Sie dies und jenes machen. Unsere Landesverbände bieten das an, wir bieten das an. Auch international bieten wir zum Beispiel für die GIZ regelmäßige Inhausschulungen an. Das ist das Angebot der Bundesgeschäftsstelle und der Landesverbände. Wenn Sie schauen, wie viele Leute kommen im Jahr zusammen. Wir haben im letzten Jahr über 35.000 Leute bei uns in den verschiedenen Maßnahmen drin. Wir bieten über 200 verschiedene Themen an und wir haben, wenn man alles zusammenzählt, etwa 1.500 Veranstaltungen, die wir jedes Jahr durchführen. Wenn Sie schauen, wie groß ist die Wasserbranche, wir sprechen von 250.000 Beschäftigten. In der Trinkwasser- und Entsorgungsbranche ziehen wir mal die Trinkwasserleute weg. Das macht der DVBW. Dann kommen wir wahrscheinlich so etwa auf 100.000 bis 150.000 Beschäftigte. Über 35.000 kommen jedes Jahr zu uns. Das ist eine gute Marge. Da sind wir sehr zufrieden drüber. Worauf basiert unsere Bildungsarbeit? Diese Bildungsarbeit basiert auf der Regelwerksarbeit. Wir haben über 300 Gremien, über 2.000 Ehrenamtliche, die diese Regelwerke erarbeiten. Und wenn Sie sich die Regelwerke mal zusammenpacken, ich bin 1,87 Meter groß, dann haben Sie etwa bis hier, bis zum Fußboden Papier. Das sind etwa 18.000 DNA-4-Seiten. Innerhalb von zehn Jahren sind die alle neu. So aktiv sind unsere Gremien. Soweit verändert sich die Technologie. Das heißt, diese Regelwerksarbeit ist das Fundament, die Basis unseres Bildungshauses, unserer Bildungsschule letztendlich. Das wird, wie gesagt, von unserer Regelwerksabteilung geleistet und das ist die Basis dafür. Die Basis ist aber auch der Hauptausschuss Bildung. Dort haben wir 13 Fachausschüsse, über 150 Leute, die ehrenamtlich die Bildungsarbeit und die Strategie der DWA weiterentwickelt. Das wurde begonnen 1954, da war ich noch nicht geboren. Da wurde schon mit Bildungsarbeit bei der DWA angefangen. Und wir sehen jetzt, sind wir seit 66 Jahren dran, im Hauptausschuss Bildung dort diese Strategie und diese Weiterentwicklung vorzuführen. Die DWA beschäftigt sich für die Fort- und Weiterbildung. Wir reden aber im Bildungssektor auch von Aus-, Fort- und Weiterbildung. In der Ausbildung, in der akademischen Ausbildung arbeiten wir mit einigen Hochschulen zusammen. Auch da gibt es entsprechende Publikationen dazu. Aber wir sind gerade in der beruflichen Bildung, am Bundesinstitut für berufliche Bildung sehr aktiv, was die Neuordnung der Berufe angeht. Fachkraft für Abwassertechnik, Rohrkanal- und Industrieservice, Wasserbau, Fachkraft für Wasserwirtschaft. Das sind die Berufe, die interessieren uns. Da sind wir auch sehr stark in der Festlegung der Ausbildungsinhalte, die dann nachher von den Berufsschulen und von den Betrieben durchgeführt werden. Wir gehen in der Regel davon aus, dass Leute, wenn sie 25 sind, wenn sie sozusagen ihre Erstausbildung hinter sich haben, bis sie bis 67, das sind 42 Jahre, dass sie in der Zeit zur DWA-Bildungsarbeit kommen und ihr Leben lang weitergebildet werden. Aus der Praxis, für die Praxis ist unsere Devise. Das heißt, unsere Trainer kommen aus der Praxis, werden geschult von uns, pädagogisch, didaktisch und vermitteln ihr Praxiswissen an eine weitere Generation. Was sind die Herausforderungen der Zukunft im Bildungsbereich oder im Wassersektor? Wir haben da fünf Herausforderungen, habe ich letztes Jahr definiert, einmal in der KA-Berichterstattung, jetzt kommt da noch das sechste dazu. Das erste ist natürlich der Fachkräftemangel. Wir haben mehr und mehr Quereinsteiger, die müssen wir qualifizieren. Digitalisierung, überall Digitalisierung, Wasserwirtschaft 4.0 und, und, und. Wie verändert das die Berufe, wie verändert das unsere Arbeitswelt? Eine Riesenherausforderung. Das Weitere ist natürlich die Technologie entwickelt sich. Vierte Reinigungsstufe und, und, und. Klärschlagen, Verbrennung, Phosphor-Rückgewinnung, das sind alles Themen. Water-Reuse ist sicherlich auch ein Thema, wenn es weiter so ist. Die Verrechtlichung der Gesellschaft, das heißt, es wird nicht immer einfacher zu arbeiten. Das heißt, auch da müssen wir uns qualifizieren und wissen, was los ist. Gut, natürlich, wir sehen es am trockenen Sommer jetzt. Ich habe heute Morgen noch gelesen, die Bauern fordern mehr Bewässerung in der Zeitschrift. Das heißt, auch der Klimawandel ist eine Herausforderung für die Zukunft. Das habe ich 2019 mal geschrieben in einem Artikel mit Frau Opitz zusammen. Und dieses Jahr ist natürlich das Corona-Jahr 2020, neue Herausforderung, Pandemie. Wie lernen wir in Zeiten, wo wir uns nicht treffen können. Auch das Thema digitale Herausforderungen, neue Webinare. Auch dieses Formen von YouTube-Videos ist neu für uns. Ich bin hier im DWA Webstudio, um das aufzunehmen. Auch da werden wir in Zukunft neue Formate, neue Möglichkeiten finden müssen. Corona erzwingt dies und wir werden uns dementsprechend anpassen. Das ist ein Überblick über die Bildungsarbeit der DWA. Wir sind für die Branche da. Wir kommen aus der Branche. Und wir wissen, dass die Herausforderungen nicht kleiner werden in Zukunft. Aber ich denke, die DWA wird diese Herausforderungen meistern. Seit 66 Jahren haben wir die Bildungsarbeit bei der DWA. Und ich denke auch, dass es weitergeht. Vielen Dank. Wenn Sie Spaß haben, setzen Sie was in den Kommentaren. Liken Sie uns, kommen Sie auf den YouTube-Channel, kommen Sie zu LinkedIn, Twitter, überall. Verfolgen Sie uns. Nicht, dass Sie uns echt verfolgen, aber verfolgen Sie uns in den Medien, in den Social Media, auf unserer Webseite. Bleiben Sie uns gewogen. Und die Bildungsarbeit der DWA ist für die Branche, ist für Sie. Vielen Dank.